Für deine kleine Meditation mache es dir bitte bequem. Wenn du möchtest, schließe bitte deine Augen. Entspanne deinen Körper, würdige deinen Körper mit einem liebevollen Lächeln und so entspannst dich die Muskulatur und du kannst schön durchatmen und spüren, wie beim Einatmen die Bauchdecke sanft sich nach außen wölbt und beim Ausatmen sich sanft zurückzieht und dieser tiefe Atemrhythmus dich schön innerlich entschleunigt. Deine Schultern entspannen, dir ein gutes Empfinden über dich selbst schenkt. In dieser ruhigen, liebevollen Achtsamkeit beruhige bitte auch deine Gedanken, indem du deine Gedanken zwar wahrnimmst, doch sie auch mit einem Lächeln voller Sanftmut würdigst. Sie anlächelst, ohne jedem Gedanken hinterherzurennen und mit einem Lächeln sie damit auch loslässt. Und in diesem Lächeln vertieft sich dein Atem, du atmest wohlig und entspannt tief ein und aus. Und deine Schultern fühlen sich noch weicher an. Du verbindest Körper und deinen Geist nun mit deiner Seele, indem du deinen Herzschlag in deinem Brustraum spürst. Und Liebe in dir zulässt, denn ganz gleich welche andere Emotionen auch da sein mögen und sein dürfen, die Liebe in deine göttliche Instanz ist immer größer, als du denkst, denn das ist dein Lebenselixier. Und so lasse die Liebe in dein Herz zu und vielleicht spürst du die Liebe als eine Kraft des Friedens. Und jegliches Unbehagen kann abfallen und dein Empfinden gütiger, liebevoller, intensiver werden. Und so schenke deinem Herzschlag, deinen Gefühlen ein gütiges Lächeln, denn auch das öffnet das emotionale Herz. Das Potenzial schenkt ein gutes Gefühl für sich selbst, denn du bist die wichtigste Instanz in deinem Leben. Und in diesem liebevollen Wärme fließt dein Atem noch tiefer, entspannter. Der Bauchraum wird noch weicher. Du kommst mit jedem Atemzug immer mehr in deine Tiefe, in deine Mitte hinein. Atmest in dieser inneren Wärme ein, die Bauchdecke wölbt sich sanft nach außen. Atmest aus, die Bauchdecke zieht sich sanft zurück, wie eine kleine Bauchmassage von innen. Dass du in der Mitte stark und weich bist, in einem. Schwinge dich noch mehr auf die Liebe ein, durch einen liebevollen Satz. Denn du denkst und fühlst und mit jedem Wiederholen immer mehr in dein Herz, in deine Lebensphilosophie hineinlässt. Wartens tief ein und fühlst, ich bin Liebe. Und spüre die Liebe, lass sie dir dafür Zeit. Und so lass deine Seele leuchten, als ob du die Sonne verschluckt hast. Leuchtet dein ganzer Körper von innen. Denn du bist ein geistiges Wesen, das irdische Erfahrung macht. Spüre es. Du atmest tief ein und fühlst, Frieden erfüllt mich. Und so lasse Frieden in alle verkrustete Gedanken, Gefühle, Körperstellen, volle Hingabe. Lasse dich auf dich selbst ein. Denn das ist die wichtigste Liebesbeziehung, aus der alle anderen erwachen. Ich bin Liebe. Ich bin Licht. Frieden erfüllt mein Herz. Ich bin Liebe. Frieden erfüllt mich. Und das, was du jetzt bist, wie du dich fühlst, das ist authentisch. Da liegt die Seelenstärke, in dieser liebevollen Präsenz. Die Antworten und Lösungen in dir, in deiner Weisheit verbunden. Und aus dieser inneren Ruhe bist du immer in der Lage, sinnvoll zu handeln. Schenke bitte von innen nach außen deinem Leben ein gütiges Lächeln. Selbst wenn so manche stürmische Zeiten dich beschäftigen mögen. Selbst wenn so manches im Leben nicht klappt, oder nicht direkt klappt, begegne diesem mit diesem gütigen Lächeln aus deiner Seelenstärke heraus. Und nutze deine Schöpferkraft, bringe gute Kraft in all das, was dich beschäftigt, in deinem Leben hinein. Segen in deiner Lebenssituation, denn durch deinen Segen wirken, verstärkt auch deine Enge in deinem Leben mit. Nimm deine heilenden Hände für unser Segnungsritual vor deinem Brustraum zusammen im Beten der Heiltung. Reibe sanft deine Hände, dass sie warm werden, dass du weiche Fingerkuppen spürst und damit die Energie aktivierst, die durch dich fließt, dich besägt. Du atmest durch und nimmst deine Hände auseinander und lässt die kosmische Energie der Liebe fließen. Spüre diesen leichten Hauch in deinen Händen, dieses sanfte Vibrieren, sodass wenn du jetzt die Hände zusammenlegen möchtest, dürftest du einen Widerstand merken. Das ist die universelle Kraft, die lichtvolle Kraft, die du in deinem Leben bringst. Erschöpfe in deiner Vorstellung eine Segnungskugel, denn der Lichtkreis bedeutet, alles fügt sich zum Sinnvollen, zum Höheren Ganzen. Du bist mit höherer Kraft verbunden. Und fokussiere deine Gedanken auf liebevolle Dinge, indem du ein Gebet in deine Segnungskugel hineinlegst. Und denke dabei an jeden und an alles, wen du in dein Gebet mit hineinnehmen möchtest. Und bitte in deinem gütigen Lächeln, denn dann bleibst du in deiner Seelenstärke. Liebe lichtvolle, geistige Welt, ich bitte um göttlichen Segen, um Führung der Engel für mich bei der Situation, die mich beschäftigt. Ich bitte um Kraft für diese Lebensaufgabe, die mich herausfordert. Ich bitte um lichtvolle Lösungen und heilsame Fügungen, auf das sich alles so entwickelt, wie es für mich und alle Beteiligten gut ist. Und dafür danke ich. So möge die Liebe in allem sein. Und deine gewichtige Lichtkugel übergebe nach oben. Deine Bitte, deine Herausforderung. Und spüre, was in dieser Gestik abgeben zu dürfen und dabei präsent zu bleiben, wie schön sich das anfällt, nicht kämpfen zu müssen, nicht alles alleine schaffen zu müssen, sondern mit himmlischer Unterstützung in Einheit. Denn in der Liebe sind wir stark und die Liebe ist Frieden. Und so lass so viel Energie der Segnung aus deinen Händen fließen und fließen. Spüre, wie es brisiert. Begleite es in deinem harmonischen Atem, in sanftem Lächeln, voller Gelassenheit. Und sobald die Hände leere, sich anfühlen, schließe es ab. Setz dich, lege die Hände entspannt ab und spüre nach. Spüre, welche Seelenstärke ist jetzt präsent. die Ruhe, das Vertrauen in sich und die Schöpfung oder die Güte, Zuversicht. Und das, was du individuell spürst, kultiviere es, lebe es aus, integriere es in deine Entscheidungen. Und eine neue Welt wird sich dir öffnen, sodass mit deiner Seelenstärke eine wahre Lebensqualität leben. Ein Leben verbessern, weil du das Leben vom Herzen betrachtest. Und so gönne dir noch drei tiefe Atemzüge. Und in diesem entspannten Gesichtszügel komme in das Atemgeschehen zurück. Gerne spüre deinen Körper und recke und strecke dich. Fühle dich wohl in dieser Welt. Vielen Dank.